Das ist der Plan. Wir machen den Hubschrauber-Rundflug und fliegen über das Lancaster, um die Schwachstellen zu erkunden. Vergessen Sie nicht, wir sind zwei gewöhnliche amerikanische Touristen, die sich Sehenswürdigkeiten ansehen. Keine Sorge, keiner wird Verdacht schöpfen. Das ist ein toller Plan. Wichtig ist, dass wir unerkannt bleiben. Keine Angst, ich bin der größte Schauspieler, Wadia. Nein. Vier Wadianische Golden Globes gewinnt man nicht einfach so. Doch, Sie schon, denn Sie haben sie sich selbst verliehen. Meine Leistung in Aladin Jones und der Tempel des Todes war herausragend. Ich fand sie miserabel. Und was ist mit E-Mail-Bombe für dich? Kennst du den? Ja, ich kenne sie alle. Das sind lauter beschissene Filme. Glauben Sie mir, okay? Sie sind ein fürchterlicher Schauspieler. Ich bitte Sie nachdrücklich, geben Sie Ihr Bestes, um völlig normal und echt zu sein. Na gut, kriege ich einen Umhang? Wozu? Weil meine Figur einen Umhang tragen würde. Nein, es reicht schon. Dieser amerikanische Jogginganzug und der Sheriff-Stern. Ich brauch den Sheriff-Stern. Wofür? Sie sind Sheriff der amerikanischen Vollidioten. Das war gemein. Hören Sie. Wir gehen jetzt darüber und verhalten uns ganz unauffällig. Okay, toll, okay. Okay, gut. Okay, also, wir fliegen nun. Nein, tun Sie das nicht. Finger weg von den Augen. Sie dürfen hier kein Chinese sein. Wieso? Ich bin chinesisch-amerikaner. Ja, aber Sie können sich nicht die Augen halten. Den kauft Ihnen keiner ab. Verstehen Sie? Das ist rassistisch. Sonst nichts. Wusstest du, dass Sie kein R aussprechen können? Die sprechen das aus wie ein L. Und weißt du, wie man in China Roger sagt? Weißt du das? Ich kann kein Chinesisch. Die sagen Lodger. Das heißt niemals Lodger. Doch, falsches Spiel mit Lodger Labid war ein Riesenhit im Theater. Niemand. Das ist, na gut, Schluss. Das ist dämlich, okay? Gut, ich spiele einen Filipino. Ich arbeite und quatsche gerne. Ich schalte gerne. Ich trempfe mit Jungen. Hören Sie auf. Sie machen Ihr Filipino. Klingt genauso wie Ihr Chinese. Wer ist jetzt der Lassist? Ich liebe es, Amerikaner zu sein. Amerika ist Nummer eins. Ich bin aus USA. Mein Vater ist auch aus USA. Mein Urgroßvater hat gekämpft im amerikanischen Bürgerdschihad. Ich bin sehr stolz, Amerikaner zu sein. Ich bin Amerikas Vollidiot Nummer eins. Ich bin Amerikas Vollidiot Nummer eins. Jaani, Paradise. Ja, ich bin 9-11. Ah, 9-11, das ist der Beste. Und ich bin 9-11, ich bin 9-11. Danke! Ja, ich bin 9-11. 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 Ich bin 10-11. Ach, ich habe mich nicht gewürzt. Ich bin 10-11. Ich bin sowas. Es ist also eine Art Fug paddelt. Ich bin 12-11. Ich bin 13-11. Ich bin 15-13. Ich bin 16-12, das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal für dich. Ach, das ist egal. Oh nein. Ich bin 17-11. Ich bin 20-31. Ich bin 20-31. Ich bin 20-31. Ich bin 20-31. Bonnace, mechamesh adachah. Maché! 5, 4, 3, 2, 1!